Lucius Macchius Philippus war ein Politiker der späten römischen Republik. Philippus wurde 62 v. chr. Prätor und 61 bis 60 v. chr. Stadthalter von Syrien. 58 v. chr. Heiratete er in zweiter Eheische, die Mutter des Gaius Octavius, des späteren Kaisers Augustus. 56 v. chr. Wurde er Konsul. Er besaß ein Gut in Puteoli. 44 v. chr. Empfahl er seinem Stiefsohn Octavius, die Erbschaft Cäsars auszuschlagen. Dieser jedoch nahm die Erbschaft und den Namen Cäsars an. Trotzdem unterstützte Philippus seinen Stiefsohn weiterhin. A. Gegenüber Cicero. 43 v. chr. Zog er sich aus der Politik zurück, nachdem es ihm nicht gelungen war, eine Versöhnung des Markus Antonius mit dem Senat zu erreichen. Aus erster Ehe hatte Philippus einen gleichnamigen Sohn, der 38 v. chr. Suffekt Konsul wurde, sowie eine Tochter Mautschia, die zweite Gattin des Markus Porcius Cato Uticenses wurde. Prof. uminium